Willst du Erfolg haben? Willst du auf Wegen gehen, die dich zu deinen Zielen bringen? Natürlich, jeder Mensch will das. Gott gibt uns in Joshua eine sehr interessante Anweisung, wie genau das in unserem Leben Realität werden kann. Er sagt zu Joshua, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsehen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Interessant, nicht wahr? Gott sagt, beschäftige dich mit meinem Wort. Gott, sinne über mein Wort nach. Lerne mit meinem Wort umzugehen und setz das um, was da drin geschrieben steht und dann wirst du zum Ziel kommen und dann wirst du Erfolg haben. Die Bibel ist sozusagen Gottes Erfolgsrezept für uns. Erfolg heißt viel, viel mehr als nur Geld zu verdienen. Erfolg bedeutet, dass man seine Ziele erreicht. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Eine Hausfrau kann super erfolgreich sein. Ein Hauskreisleiter kann super erfolgreich sein. Ein Fürbitter. Und natürlich jeder Mensch im Berufsleben sowieso. Wir alle können erfolgreich sein, indem wir die Ziele unseres Herzens erreichen. Du kannst beispielsweise Erfolg darin haben, eine Bindung zu überwinden, eine Sucht zu überwinden. Du kannst sehr erfolgreich darin sein, Menschen zu Jesus zu führen. Du kannst sehr erfolgreich sein, für andere Menschen zu beten. Du kannst Erfolg darin haben, dein Studium zu beenden, deine Schule zu beenden, deine Ausbildung zu beenden. In deinem Beruf kannst du erfolgreich sein. Erfolgreich in der Kindererziehung. Und, und, und. Es gibt die unterschiedlichsten Bereiche, wo Menschen sehr erfolgreich sein können. Erfolg heißt nicht nur Geld zu verdienen. Erfolg ist etwas anderes. Und Gott sagt dir, du kannst Erfolg haben. Du kannst deine Ziele erreichen. Du kannst das erreichen, was ich für dich vorgesehen habe. Beschäftige dich mit dem Wort. Beschäftige dich sozusagen mit dem Handbuch. Da steht es drin. Wenn du das umsetzt, was da drin steht, wird das die Folge sein, dass du Erfolg hast. Weißt du, und viele, viele Christen nehmen sich nicht die Zeit, ausführlich in der Bibel zu lesen. Sie beschäftigen sich mit sonst was. Aber sie beschäftigen sich nicht mit dem Wort Gottes. Der Feind versucht sie abzuhalten davon. Warum? Weil sie dann ein Leben führen werden in Niederlage. Weil sie eben nicht zu ihren Zielen gelangen. Weil sie nicht Erfolg haben werden. Ganz ähnlich wie diese Bibelstelle in Joshua sagt Gott, so bewahrt denn die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Erfolg habt in allem, was ihr tut. Das ist im Grunde genommen die gleiche Aussage. Die Worte, die euch gegeben sind, bewahrt sie. Halte daran fest. Wenn ihr das tut, ihr werdet Erfolg haben. Oder in Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist die gleiche Aussage. Alles, was er tut, gelingt ihm. Er hat in allem, was er tut, Erfolg. Warum? Weil er über das Wort Gottes nachsinnt und das, was da ihm gesagt wird, in seinem Leben umsetzt. Ich lade dich ein, ganz neu dich dem Wort Gottes zu nahen, mit dem Bewusstsein, hier ist das Erfolgsrezept für mich drin. Hier ist der Leitfaden für mein Leben drin. Wenn ich das nehme, mich damit beschäftige, wenn das Bestandteil meines Lebens wird, dann werde ich tatsächlich das Verlangen meines Herzens sehen. Dann werde ich sehen, wie ich Erfolg habe in den Dingen, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Es ist wichtiger als alles andere. Und nichts wird deine Theologie und dein Denken und deine Lebensumstände mehr verändern als ein ganz einfaches Bibelstudium. Wenn du alles andere weglässt und sagst, ich konzentriere mich reine weg auf das Wort Gottes. Ich glaube, wenn du das tust, dann wirst du entdecken, Gott hat viel mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!